Ich bin morgen auch hin und wieder da. Na gut. Hast du viel alleine gespielt, Tony, oder was? Ein bisschen. Ja, vorhin die drei Wins, die waren halt wieder ganz gut. Das war halt wieder Teamplay vom Feinsten. Das stimmt. Da hab ich nie geschriegt. Du musst den Biohazard-Container holen. Ähm, ganz vorne, ähm, wie heißt das? Weiß ich nicht. Ist das in der Nähe der Küche oder so? Ich hab keinen Fall. Die fallen im Essen. Was spielen wir denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Bereich sicher. Bereich sicher. Die sind unten. Ja. Meine ich jetzt. Da, wo keine Küche oder sowas entfallen sind. Küche nicht. Ja, unten. Oder? Müsst du eigentlich. Ja, unten. Ten seconds to insertion. Tony muss die Hedge aufmachen und ich schweiß mich da rein, wo der Geiselraum ist. Die sind nach oben die Treppe auf. Genau. Location of Biohazard-Container on hill. Oben, komm. Wo ist es hier? Es gab keinen Falle. Da ist noch einer vorne. Da ist noch einer vorne. Da ist noch einer direkt. Ja, ja, ja. Richtung Küche ist einer gelaufen. Ich bin kleines oben. Oh, wir sind die wahnsinnig, wie sie das verteidigen. Hä? Wo ist denn hier eine Kapka-Falle? Oben ist Heker. Ist hier noch ein Fenster? Ich brauche Fletcher bei mir. Die hat doch die eine gesetzt. Wo müssen wir? Ah, geht, die hat doch die... Äh, hinten die Baustelle. Komm, komm, komm. Doch, die Geheimgang. Nein. Ja, 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 ja. Warte mal. Benne, ich eile. Ja. Worauf schießt du denn? Mit nur sicher gehen, dass dir keiner... Achtung! Lol, Alter, ich wusste gar nicht, dass deiner war. Ich bin mit der Drohne da noch hergefahren. Da ist der Jäger. Da war's. Ah, die Waffe! Da ist gleich ein Mute, links. links im raum heute dropper auf ja Geh nur nicht nach rechts, ne? Da ist ne Kappkapppfadde Wie weit seid ihr oben? Ja, Donnie, mach einfach auf, mach auf Das ist ein Mute, ne? Ne Ah, jetzt, ok Oben Ach, komm Wo kommt das? Unten? Da sind zwei Oh, ne, der ist unten, Castle läuft da rum in den Gang Ja, links Ey, das kann nur noch einer im Raum sein, dann, ne? Hült Ok Interessante Spielweise Auf jeden Fall Also, muss man mal sagen, das war ganz anders, aber wenn man die einzeln abgepickt hätte, dann Gehen wir auch nach unten? Ja, gehen wir auch, ja Ich will die hier mitnehmen, ne? Ich habe Schilder dabei Ich brauche ein Schild dabei, so Wofür? Brauchst du Schild? Ne, ne? Ne, ist der Bereich sicher, ist der nicht geist? Genau, ist der geist, ja Genau Weiß nicht Oben in die Tür, ist immer ganz nett eigentlich Was passiert eigentlich, wenn man Schild unter dem Dropper steht? Gar nichts Der glitscht vorbei Ich brauche eine Drohne durch, zwei Vorhin hat man so Holzhusen im Ranked Die haben die ganze Zeit umgeheilt, weil der Lukas die Fenster blockiert hat Okay, da habe ich Hast du die andere Drohne? Eine Wand noch bei mir Wer ist mute? Donnie? Ah, du weißt, wie man die Hatch mutet, oder? Ja, sicherlich Die Hatch ist nicht gemutet Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Wo hast du noch, ne, Leute, für euch? Ich hab meine. Ich auch. Arzab, bewahrst du die Hedge oder bist du woanders? Welche? Die Haupt. Weil wenn nicht, dann tue ich scannen die ganze Zeit. Weißt du, was du gekillt hast? Das sah nach. Esch aus. Hab was entdeckt. Hier, gepinkt. Da ist auch was. Die Toten da rausgekommen, schnell schon? Ja. Da sind zwei bei mir. Also nicht das Glas aufmachen, sondern hier links dann durch die Wand schießen. Ja, ja, ist klar. Alles klar. Aber wir sind halt im Nebenraum. Oh, sie kommen bei mir. Entschuldige, die Zutaten hier, ne? Ja. Der steht hier. Wo geht's? Irgendwo geht's auch. Hier. Der ist hier, der ist hier, ja. Ich ping in dir. Der rennt weg. Aber der ist noch in dem Raum. Muss halt immer davon ausgehen, dass der ein bisschen weiter weg ist. Da, wo ich ihn ping. Auf der Höhe, er kommt langsam. Wahrscheinlich wo? Äh, in dem Raum immer noch. Schön. Puls ist schon fies, muss man schon sagen. Puls kann eine sehr gute Hilfe sein, ja? Ja. Was sind da für Punkte, wenn er irgendwie einen Spot ist? Äh, einmalig nur. Zehn halt, ne? Ja. Ne, fünf sogar nur. Ne, du kriegst die aber nochmal, wenn du jemand anders gespottet hast und wieder. Also wenn die irgendwie raus sind nach Counter-X oder so. Egal, okay. Nicht erwähnenswert, sagen wir es so. Das war doch schon mal eine gute Runde jetzt, Leute. Mhm. Das gerade war einfach so unkompositionell verteidigt. Das ist strange gewesen, ey. Ich hoffe, dass wir jetzt in die Sammlungshalle gehen. Aber ich habe langsam keinen Bock mehr für Arbeit. Ja, dann sag doch, habe ich doch gesagt, ich kann den nehmen. Ne, du bist mit, du bist stärker als Freiläufer. Ist gut. Oben. Ach, ich kann auch erst aufmachen und dann gehe ich woanders hin. Das ist mir ziemlich wurschtig. Ne, aber die Waffe ist so scheiße. Das ist, das ist nicht zu mir drauf. Ach, das geht ja alles. Läuft. Ja, Luke ist schon mal away from Clutch. In der Zimmer, okay. Wie machen wir das? Hier hinten rum. Sorry, kommst du mit mit mir? Ja. Äh, Schrottplatz bitte. Wir gehen über das Fenster. Äh, wie mache ich? Wie kann ich das unternehmen? Sieben? Sieben und drücken runter. Okay, Schrottplatz. Ich gehe mit, äh, Steph. Andere Seite würde ich sagen. Ja, mit Steph, genau. So, Vorsicht. Ihr gucken, dass hier keine Spawn-Killer sind. Da ist nämlich immer so ein Pfeil, aber nein, ist nicht. Lol, da ist... Ich mache da auf. Meinst du nicht, dass hier jemand im Turm ist? Ich habe eine Kamera da drin. Kannst du ja mal gucken, wenn du willst. Warte, ich gucke mal eben. Da ist keiner. Das Fenster ist gekastelt. Oh Gott, das wäre Fuse sicher. Lol, ich komme da nicht dran. Was ist das denn für eine Kacke? Warte. Bist du bereit? Ja. Eins? Zwei. 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 Sag was, wenn du was siehst. Er ist nach rechts gelaufen. Na klar. Jetzt auf der Treppe quasi. Äh, der Raum ist hier. Ganz rein. Warte, warte, warte. Ich fahre eben Drohne. Nee, warte mal. Geh mal weg, bitte. Geh mal weg. Ich schmeiß da mal deinen Dings hin. Zwei. Ich kann auch Rauch schmeißen, dass wir einen Raum... Nee, warte, warte, warte. Machst du die Wand hier vielleicht auf? Oder soll ich? Leute, es ist keiner im Raum, Alter. Ich mache schon, ich mache schon. Tirek? Ja. Hüpft mal rein, der sitzt rechts. Links ist die Wand auf. Die haben wir gerade aufgesprengt. Okay. Oh, ich hätte fast abgeschossen. Jut ist fast tot. Der ist noch einer im Raum. Und einer ist longline. Loil, Alter, ganz genial. Das war zu spät, ich hab die Ansage gemacht. Ich hab von links gesehen. Ja, ja. Von rechts da, ja. Donny, ein bisschen, ein bisschen beeinflusst. Schön. Ja, easy. Sehr gut. Geil. Gute Runde. Wie du blitzspielst, das ist echter Wahnsinn. Was das zwar jetzt sollte, verstehe ich nicht, aber... Nee, das kann man doch nicht. Die Cam. Also, okay. Ich dachte, es ist noch ein Gegner übrig irgendwo. Ich war auch, aber der war nicht da. Was machen wir? Versammlungshalle, oder? Ja, oder? Ja. Mute, oder Fenster? Was soll er? Äh, Mute. Mute ist besser, dann können wir oben nämlich zumachen, theoretisch. Ja, die Fenster finde ich nur im Keller super. Ich kann auch Mira nehmen. Nee, nee. Ist okay. Also, Johnny Bandit vielleicht? Ah, okay. Ich gehe großen Turm, ne? Wie immer. Mira und Capcom sind eigentlich meine Main Charakter. So einen Puls trainiere ich gerade, also ist alles gut. Ich mache die beiden oben in der Ecke, da wo der Steff hin will. Also, nach oben mache ich die. Das könnt ihr auch gleich muten, dann. Das hier? Muten? Oben. Ach, oben. Bei mir dann auch. Also, quasi alle Doppelwände einmal muten. Ich bin schon wieder im Angriff nichts getötet, Alter. Was ist das denn für ein Müll, Alter? Ich habe noch gar nichts gekillt. Achtung, ganz weg, ohne. Der Super, alle Wände zu, oder was fehlt noch? Alle Hände würde fehlen, oben ist alles zu, oder? Na, oben würde auch fehlen, oben wäre wichtiger fast. Eine habe ich noch. Oben, oben. Ganz oben. Bitte, Jungs, bestimmen. Zyrick, da reicht ein Mew-Jammer. Ich noch? Ja. Genau mit dekplatiert, da reicht ein Mew-Jammer für zwei Wände. Das hatte ich nämlich mal ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aber es ist schon ewig her. Nein, es funktioniert mittlerweile. Jetzt passt mal auf, wie arschig ich jetzt gleich bin. Warte mal. Hier wird irgendwas gesetzt. Wo ist hier? Puls. Ah, der ist oben drüber anscheinend. Fjoster. Johnny, fährst du vor, nach links, nach oben? Okay. Oben ist einer. Wo denn? Kommt gleich die Treppe runter. Bei mir ist was im großen Turm. Und drinne, oder? Nee. Nee, am Fenster. Ah, gleich hinten. Ist er schon drin in dem Prudu hier, oder? Ich bin jetzt genau hier. Alter, bist du auch, Syrik, oder? Nee. Loll. Hey, ich hab Hebsi-Cola-Küche. Der war doch schon wieder unten, Steff. Ja, Küche. Ich hab nichts gemacht. Blitze der Aktion. Der ist großer Turm. Ich hab kein Kämpfer. Schön. Ah, guck mal, da wäre ich gewissen. Ach, nicht gar nicht. Ja. So, jetzt muss ich auch mal im Angriff irgendwas töten, Alter. Steff, soll ich Thermard spielen? Komm, dann gib her. Geh, ich bin. Achso, okay, auch gut. Dann Fios, ich bin mal weg. Äh, wo soll ich denn starten? Platzplatz, Straße, Baustelle? Egal, erstmal, wir wissen ja noch nicht, wo sie sind, also. Ist doch wahr. Alter, ey, das ist immer so sweet, ne? Find a biohazard container location. Vor allem, ich hab ja jetzt nicht mal scheiße gespielt, Alter. Ich warte halt oben, ne? Und du hast jetzt erstmal sechs Kills. Das ist ja... Ich hab keinen. Drei sind in der Versammlungshalle, was geht denn da ab? Ich hab keinen rennt, der irgendwo. Denken wir unten, ne, oder? Nee, oben. Also, glaub ich, oder? Der kam von oben. Oben steht auch ein Gemra, also eigentlich muss das oben sein. Ich kenne ein Team, das hat das komplette falsche Objective verstärkt. Die haben's komplett falsch gestürmt, die Angreifer. Aber oben ist auf, oben ist auf. Ja, es ist oben safe, ich war grad in der Versammlungshalle. Also, spawnen wir wo? Egal. Da, wo safe ist, also Vorsicht. Pass auf die Fenster auf, die werden jetzt spawnen killen. Da oben ist schon auf. Da oben ist ein Fenster auf. Ja, er hat auch nicht geschossen, ja. Sand ist auch offen. Weg hier oben. Wenn der das so möchte, dann geh ich über's Dach. Soll ich mit aufs Dach, oder soll ich unten lang? Du bestellt eigentlich grundsätzlich immer von unten nach oben. Muss ich für Donny wohl zu lang? Derek, warte, ich such mal eben. Warte, ich wollte jetzt auch die Drohne reinschmeißen. Ne, mach mich, ich bin hier, mach auf. Ich könnte die EMT gebrauchen. Wo? Oh, ich komme. Hier. Geh? Eigentlich, äh, ich brauche mal keinen Thermal-Tier, so wirklich. Ne. Geh? Scheine Atom. Ach, was? Noch kein Plumpen, wo man da ist. Jeff, da kannst du auch nochmal, ne? Ja, da ist gemutet, deswegen brauche ich die EMT. Warte, ich mach das. Ja, der Schnachern ist da. Das ist nur hier, es meistens perfekt. Auf der anderen Seite kannst du auch nochmal. Ins Kinderzimmer habe ich gefused, da war nix mehr. Danke, Herr Steff. Du warst doch noch nicht drin. Willst du mich verarschen? Sorry. Ich war sogar daneben noch, ne? Links in dem Teil gleich. Ich kenn's. Da war einer verletzt und links hebt ihn einer auf. Du kannst oben durchgehen, oben hoch, die Treppe hoch und rein. Oder so, ja. Oben hoch und hoch, genau. Rechts in der Ecke war noch einer. Scheiße. Ich glaube kein halb still. Von hinten, von hinten, Steff. Äh, sorry? Gut. Kasse, Shotguns. Voll. Schön, 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 Steff. Nice. Rechts noch einer Seite. Ah, fuck. Den hab ich nicht mehr gesehen. Von wo kommt der? Im Turm. Oh, wow. Der Steff hat mich doch nicht überholt, alter. Nein, ist eine schöne Runde. Äh, ist gut. Ja, wieder Silber-3. Schön gestiegen. Ne, heute doch. Ja, das ist. Ja, ja. Option.